ja hallo leute wir sind hier an unserer basis zurück und im rucksack haben wir keinen hämmer zit das hat wohl nicht gereicht für eine ganze einheit war das immer hier ja da ist das dran ins das heißt wir müssten eigentlich da noch ein bisschen sammeln gehen und da vorne ist es doch auch oder habe ich mich vertan und das ist eine böse pflanze weiß ich jetzt nicht müssen mal gucken ihr schauts logo und dann werden wir gleich wissen ich weiß nicht ob die letzten worte noch mitgekriegt haben vielleicht habe ich zu früh gedruckt aber das hier ist hematit und das können wir ja abbauen da geht es aber ganz schön runter okay wir haben gar nicht so viel platz sehe ich gerade das ist wohl sehr ergiebig wir haben biomasse naja dann sprennen wir mal gerade ein stück zurück nehmen aber was davon mit das wollte ich so packen und da hinten hin schmeißen weil wir sind ja nicht ganz weit weg da können wir mal so wie so eine jetzt bei einer flaschenpost gesagt aber so falsche ausdrücke weiß gar nicht wie das heißt eine menschenkette gehen wir weiter dann packen wir das von hier nach da oben hin ja hat gut geklappt zwei mal runter geschmissen so dann gehen wir da hoch luft wird auch gerade weniger und dann sind wir schon hier oben da und mal gerade luft dann können wir hier unser lager rausholen und wunderbar das zeug da dran im backen so war es das oder licht ja noch einer hinter ne 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 liegt keiner mehr hinter so das heißt wir haben da fast voll einer ist noch im rucksack genau eine komplette ladung für die abreise sozusagen wenn wir abreisen wollen das ist dann die frage so irgendwie wir können man auch reingucken ne ne schwa ist das weiß also da könnte ich ja das ist inaktiv Hiera müsste man Segal gucken aber dieses hier da stellen wir mal woanders her steht mir ja im weg so hier ist eine basis anwerfen mittelgroße windturbine aus dem logistikdepot glasio installieren ich glaube wir sind auf glasio mittelgroße windturbine auf dem logistikdepot glasio das müsste hier dran ist nur die frage wo kriegen wir eine mittelgroße windturbine aber luft kriegen wir ja oder ja wir sind angeschlossen gut ja da müssen wir mal gucken aber ich glaube die mittelgroße windturbine können wir hier nicht mit bauen eine batterie stromverlängerung hat die können wir auch bauen aber da oben ist noch was drauf einmal ausrichtungsmodus was brauchen wir für den ausrichtungsmodus zinkblender ok gelände analysator warum auch zinkblende für ich glaube die beiden sachen sollten wir mal irgendwann bauen durch die verpacker mit der verpacker den können wir noch mal aber wir haben kein grafitt hier nach so kleiner drucker was brauchen wir denn da gemisch und das war doch hier irgendwo eine ecke gemisch oder wo oder hier sehe ich es jetzt gerade nicht es muss da oben gewesen sein hier war gemisch oder ja und harz auch haben wir schon da noch guck da soll ich dir sogar noch ein harz jetzt hat er den aufgenommen ist auch egal wenn wieder zurück ich will nämlich jetzt lieber an unserer basis sein vielleicht sollte ich den weg hier mal ein bisschen besser ausbauen weil irgendwann wenn wir da mit dem fahrzeug hoch wollen wieso sind ja so in der luft komisch so hier haben wir noch nichts dann drucken wir den mal gerade oder den kleinen drucker drucken wir gerade so da untersuchen wir den mittelgroßer drucker den könnte man als nächstes machen sauerstoffmacher großes lager, roversitz, traktor, hänger wir brauchen mal aluminium und aluminium gemisch, äh gemisch und aluminium grafit, kleiner kanister, arbeitslichter das ist alles das was wir auch im rucksack machen können oder wo ist denn der droht da hab ich doch eben hier auch kappendrucker oder da ist er gemisch brauchen wir, super dann lass mal die biomasse gerade hier und dann holen wir lieber mal andere dinge der harz kann auch hier bleiben gut tpt stromgenerator gegenstand ja aber ich an die sauerstoff verliere ich immer alles klar ja dann laufen wir mal schnell noch mal dahin damit wir das mit dem ding ins hinkriegen sag schon mit dem gemisch hinkriegen oder mittelgroßen drucker das andere zeug finde ich ja sowieso gerade nicht aluminium zum beispiel jetzt müssen wir hier noch zwei gemisch rauskriegen ich glaube ich habe erst einen okay das hat gerade noch so geklappt dass er nicht abgestürzt ist ne so das war mein zweiter ne so ja ist so glaube ich jedenfalls am rucksack unten war einer und oben war auch noch einer einmal hier lang hier lang hier lang dann sind wir schon wieder hier so das und das und das und starten so dann kriegen wir schon mal ein drucker hin und da müssen wir gleich gucken wie es da weiter geht ne grafit haben wir leider nicht dabei sonst hätte ich gesagt können wir gerade mal schauen das war achso der drucker der auch jetzt noch eine plattform ne und plattformen werden woraus gemacht gute frage ne ne ich glaube andere richtungen waren die plattformen schneller oder wer weiß ein harz das haben wir da dann produzieren wir gerade noch die mittelgroße plattform dann steht er da einfach drauf und das passt das sieht auch gut aus denke ich einmal den auspacken und hier einstellen und draufpacken und dann den da dran machen und dann schauen wir da rein könnte man rosen machen brauche ich glaube aber nicht schmelzofen forschungskammer könnte man hier auch machen gemisch und harz kriegen wir alles beides da oben sollte man darüber nachdenken ne harz kriegen wir hier kameraden ich weiß ich nicht handelsplattformen exoship hätten wir eisen kriegen wir hier auch wolfram fehlt uns das wolfram große plattform okay buggy gemisch und aluminium aluminium haben wir jetzt nicht hier dann sind wir schon durch gemisch warte mal das gemisch und harz 1 2 brauchen wir ja 3 3 brauchen wir glaube ne ja 3 3 dann können wir zwei weitere sachen machen gut dann schauen wir mal gerade den rucksack was wir hier lassen können Sauerstofftank wäre jetzt der den können wir definitiv hier lassen einfach aus dem Grunde weil wir ja so ein Teil hier haben den exoship lasse ich auch hier dann hatte ich mir einer jetzt bis da oben sind glaube ich Sauerstoffleitungen das heißt das geht und wir haben jetzt sechs Felder frei das heißt wir laufen dahin und bauen uns den Rest ab hier müssten wir vielleicht auch mal ausbauen hatte ich glaube schon gesagt ne so dann Werkzeug raus und los geht's oder wie viele haben wir? 2 und 1 2 2 wir brauchen noch einen Hals und brauchen noch einen so Harz ist fertig jetzt brauchen wir nur noch Gemisch das reichte noch nicht jetzt haben wir genug auf zurück damit wir die zwei Sachen bauen können und dann sind wir mit der Folge auch schon durch würde ich sagen schauen wir mal ne einmal runter ich hoffe ich habe jetzt nichts falsch gemacht aber ich glaube das war 3 und 3 hier müssen wir immer noch umbauen kümmern wir uns in der nächsten Folge drum beziehungsweise vielleicht mache ich das zwischen den Folgen ne so das heißt wir müssen hier dranne Schmelzofen das macht er schon und dann brauchen wir noch die Forschungskammer den kann ich jetzt nicht weiter blättern ok das kann er noch aluminium fehlt uns den mittlerer Schredderer da brauchen wir Eisen für 2 Stück dann können wir das auch machen ne aber jetzt müssen wir erst warten bis er hier oh Gott wo er den wieder aufbaut ne aber er ist ja gleich fertig oder aber da brauchen wir wieder Plattformen für fällt mir grad so auf ne aber Plattformen können wir doch hier machen ne aber wahrscheinlich groß genug oder mittelgroße Plattform A das ist glaube ja das ist nur die die wir nicht brauchen dann so der geht mal da hin dann müssen wir jetzt hier nochmal weiter gucken das Forschungskammer die bauen wir auch so und dann achso da jetzt kann ich wieder nicht gucken ne oder ne ne kann ich jetzt nicht gucken aber wir können mal gerade hier nochmal reinschauen was wollte der für diese Plattform haben Harz brauchen wir dafür das heißt wir gehen mal wieder da oben hin oder Harz hätten wir zwar noch einen hier aber ich glaube das reicht nicht dann sammeln wir nochmal Harz und vielleicht auch noch Gemisch vielleicht können wir dann die Plattform bauen gut mache ich alles offline wir sehen uns in der nächsten Folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine überhaupt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an dann kriegt dann mit wenn ich das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen sehen uns in der nächsten Folge bis dann Ciao Ciao